Hallo und willkommen zu Mathe-Retter. Im Folgenden zeigen wir kurz, wie man mit Mathe-Retter lernt. Hier oben findet ihr die Kurse. Die Kurse bauen alle nacheinander auf, das heißt, ihr müsst wirklich bei Grundlagen, Grundrechenarten anfangen. Dann kommen Rechengesetze, dann kommen römische Zahlen etc. Nach den Grundlagen kommen die Funktionen, dann die Trigonometrie, Geometrie, Vektoren, Differentialrechnung, Integralrechnung. Schauen wir uns die erste Lektion Grundrechenarten an und dies ist der Aufbau jeder einzelnen Lektion. Im Intro finden wir die Inhalte, was wir also lernen, die genötigen Voraussetzungen und die empfohlene Klassenstufe. Gehen wir also zu den Videos. Hier finden wir ein Video zu den Grundrechenarten. In diesem Video werden die Inhalte kurz erklärt und ihr seht hier die einzelnen Kapitel im Video, das heißt, ihr könnt auch direkt zu einem Kapitel springen. Außerdem findet ihr im Video auch Fragen. Das sind diese kleinen blauen Striche hier. Das heißt, wenn das Video abspielt, müsst ihr aufpassen und ab einem gewissen Moment poppt eine kleine Frage auf, die sich genau auf das bezieht, was wir gerade gesehen haben. Hier, welche Zahl ist der Subtrahent? Bei 7-4 gleich 3. Nehmen wir die 4 und das ist richtig. Und dann spielt das Video weiter. Alle Videos sind übrigens auch mit Untertiteln versehen, das heißt, auch Schwerhörige können die Videos anschauen. Anschließend könnt ihr zum Wiki gehen und findet hier diverse Artikel über das Mathe-Thema. Zum Beispiel Additionen summan plus summan gleich Summe. Und hier haben wir nochmal das Wissen zusammengefasst. Bei den Programmen finden wir die Programme, die wir auch im Video gesehen haben. Zum Beispiel hier eine Multiplikationstabelle. Und dann können wir hier mit arbeiten. 4x4 sind 16, 7x5 sind 35 und so weiter. Dann gehen wir zu den Arbeitsblättern. Hier können wir uns ein Arbeitsblatt aussuchen. Dieses können wir ausdrucken. Dann, wie in einem Test, ausfüllen mit Kugelschreiber. Und anschließend können wir mit dem Handy den QR-Code abfotografieren, der dann die ausführlichen Lösungen öffnet. Hier könnt ihr die Lösungen vergleichen und angeben, welche richtig und falsch bei euch sind. Und dies wird in eurer Lernanalyse gespeichert. In der Lektion gibt es weiter Lernchecks. Das sind Online-Tests. Hier zum Beispiel Addition bis 20. Das wäre eine Multiple-Choice-Aufgabe. Oder schriftliche Addition, dreistellige Zahlen. Hier müssen wir die Ergebnisse eingeben. Und dann wird das ebenfalls abgesendet und erscheint in eurer Lernanalyse. Wenn wir die Lektionsseite aktualisieren und nochmal die Arbeitsblätter aufrufen, sehen wir hier unsere Ergebnisse. Da haben wir alles richtig gemacht. Und bei dem einen Lerncheck hatten wir ja nur eine Aufgabe gemacht, also nur eine von 10 richtig. Das ist dann auch hier notiert. Und hier f und a, das heißt Fragen und Antworten. Hier haben wir häufige Fragen hinterlassen, die bei uns in der Mathe-Lounge beantwortet worden sind. Gehen wir mal kurz zur Mathe-Lounge. Die Mathe-Lounge ist ein Forum, bei dem Mathe-Fragen beantwortet werden. Hier könnt ihr auch übrigens eure eigene Mathe-Fragen schnell stellen und kriegt die Antwort meistens innerhalb weniger Minuten. Gut. Und wenn wir dann mit der Lektion fertig sind, können wir hier bei Inhalte verstanden klicken Vollständig verstanden, teilweise verstanden oder noch nicht verstanden, wenn wir später nochmal nacharbeiten möchten. In dem Fall haben wir alles verstanden und können jetzt entweder zur nächsten Lektion springen oder zur Kursübersicht. Und hier sehen wir eingezeichnet, hier waren wir gerade. Jetzt können wir mit der zweiten Lektion weitermachen. Springen wir mal zu dieser Lektion. Nehmen wir mal an, dass wir Kommutativgesetz und Assoziativgesetz schon kennen. Dann können wir unser Wissen nochmal testen mit einem Arbeitsblatt oder dem Lerncheck oder gleich abhaken als vollständig verstanden und mit dem nächsten Feld bei der Kursübersicht weitermachen. So ergibt sich dann übrigens hier nach und nach eine Landkarte von eurem Fortschritt. Also auch gelbe und rote Bereiche, wo ihr dann seht, dass ihr da nacharbeiten müsst. Gehen wir hier mal aus der Lektionsstruktur raus. Wir haben natürlich auch eine Übersicht aller Videos. Man kann die auch nach den entsprechenden Themenbereichen wie Grundlagen sortieren. Oder man gibt ganz einfach ein so etwas wie Brüche und hat dann hier die Einführung zu den Brüchen zum Beispiel. Und auch alles sehr visuell und einfach zu verstehen. Weiterhin gibt es die Möglichkeit einzelne Kapitel zu finden. Suchen wir zum Beispiel nach Bruch, so sehen wir alle Kapitel, wo Brüche vorkommen. Und wir können direkt ins Videokapitel hineinspringen. Gehen wir zum interaktiven Bereich. Hier haben wir diverse Rechner. Da nehmt euch bitte ein paar Minuten, um euch das anzuschauen. Die Rechner sind sehr hilfreich, um eigene Ergebnisse zu kontrollieren oder auch um Sachen zu visualisieren, wie hier beim Geoknecht. Oder um Brüche zu verrechnen, gemischte Zahlen, um Gauss zu trainieren, kubische Gleichungen zu lösen, lineare Gleichungssysteme zu lösen, Pyramiden zu erstellen mit entsprechenden Werten und so weiter. Also ganz vielfältig und hilfreich. Die Lernprogramme sind die Programme, die wir in den Videos benutzen. Die kann man hier selbst ausprobieren. Die Lernchecks sind wie gesagt Online-Tests, mit denen ihr euer Wissen Testen könnt, zu allen möglichen Bereichen. Dann findet ihr noch alle Arbeitsblätter gelistet, sowie eine Handvoll Spiele. Und dann gibt es noch das Wiki, das ist ein großes interaktives Lehrbuch. Es gibt mehr als 1000 Artikel, die Mathematik auf einfache Art und Weise beschreiben. Dort wird insbesondere auf Details eingegangen. Suchen wir beispielsweise nach dem Punkt. Hier sehen wir die Einführung zum Punkt. Solltet ihr einen Begriff nicht kennen, geht einfach mit der Maus herüber und der Begriff wird euch ganz einfach erklärt. Hier an der Seite habt ihr zusätzliche Medien, wie zum Beispiel das Video zum Punkt, das kann man direkt aufrufen, oder das Programm, wo man Punkte hin und her schieben kann in dem Beispiel, wo Punkte Namen bekommen, dann ein Koordinatensystem, dann vier Punkte in einem Koordinatensystem und dann auch Punkte im Dreidimensionalen. Und weiter unten findet ihr dann weitere Kapitel zu dem Thema. Hier rechts im Benutzermenü finden wir eine Auswertung der Ergebnisse, zudem eine History, das heißt ihr seht, was ihr eigentlich gemacht habt im Laufe der Zeit. Ihr könnt dies auch im Profil ändern. Ihr könnt das Lerntracking ausschalten, dann wird nichts getrackt. Und ihr könnt, wie erwähnt, jederzeit eine Mathefrage auf der Mathe-Launch stellen. Und dort helfen wir euch dann weiter. Und ganz wichtig, die Suche. Hier können wir jederzeit nach einem Thema suchen und die Suche ist in Kategorien unterteilt. Wiki, Lektionen, Videos, Videokapitel, Programme, Lernchecks, Arbeitsblätter, Untertitel. So viel dazu. Das war ein umfassender Überblick für euch. Wir wünschen viel Erfolg und Spaß mit Mathe-Retter.